meine freunde das nächste video ist wieder am start es ist brutal dieses wetter knallt und wir nutzen es aus weil teil 1 der fertigstellung einer testfläche startet heute und einen kleinen einblick was heute geht seht ihr hier teil 1 dieser verrückten reihe und mit sehr viel feedback von euch und was ihr mir alles geschrieben habt und etc und wo ich noch ein paar dinge drauf kommen musste war schon brutal aber die fläche entwickelt sich richtig gut und es wird ein zweiteiler für euch dieser zweiteiler heißt heute wollen wir die randsteine besser gesagt den keil der randsteine freilegen und weiter runter kommen für die bewässerung plus wollen wir alles sauber machen abschneiden also für euch ihr das jetzt mal seht es ist alles bereit schaufeln ganz wichtig ist die flex um die randsteine zu befreien und dann schaufeln und blablabla also für euch damit jetzt einfach mal gesehen habt ihr seht einfach hier ist zu viel material drinnen ja deswegen so ich hier so gut wie möglich alles abzuschneiden und zu befreien damit ich einfach weniger probleme habe mit diesen ganzen trockenstellen die der bettung quasi das wasser weg zieht vom boden also heute weniger schnacken mehr schauen also viel spaß lasst auf jeden fall ein abo da und liebe und dann sehen wir uns euer uhr von einfachachem da ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020